Hallo, ich befinde mich heute hier auf der Holzealm. Ja heute 8. Februar 2016 ist noch einiges an Schnee. Die Holzealm befindet sich oberhalb vom Tegernsee und ja noch einiges an Schnee. Hier siehst du auch mal den Gipfel mit dem Gipfelkreuz auf der Holzealm. Die Holzealm ist kein hoher Gipfel. Sie befindet sich auf ungefähr 1200 Höhenmeter und damit nur ja knapp 450 Meter über dem Tegernsee. Der Tegernsee ist hier ein bisschen zu sehen. Hier hinten siehst du ja den kleinen See oder einen kleinen Ausschnitt zumindest vom See. Ist nicht heute so gut zu erkennen. Und dahinter sind verschiedene andere Berge noch. Zum einen der Hausberg vom Tegernsee, der Wallberg. Und rechts daneben befindet sich der Setzberg. Und noch verschiedene andere Gipfel haben wir hier, vor allem den markanten Hirschberg. Ja und mit diesen Bildern hier von den Tegernsee erbergen, verabschiede ich mich heute vom Tegernsee.